hallöchen allerseits und willkommen zum unboxing der januar luchest luchest eine abo box die monatlich ins haus kommt für ab 20 euro könnt ihr euch auch anschauen unter dem link den ich unten drin habe wenn das selbst was für euch ist und ja was diesen monat drin ist das schauen wir uns jetzt mal an diesmal bin ich besser mit dem aufmachen ich sehe da gerade etwas was ich glaube ich schon habe das hier das habe ich mir schon mal geholt ist ja geil das ist ein motiv das habe ich schon mal bei qwerty mir gegönnt aber ein gutes motiv hätte ich das nicht ich hätte es richtig abgefeiert so da habt ihr es genau genau dieses motiv habe ich leider schon in besitz allerdings ich weiß nicht ob das hier schon etwas qualitativer sogar ist ich glaube ja das sieht mir etwas qualitativer aus als das was ich bereits habe semper ludens ich glaube das bedeutet immer spielend quasi ach ist das herrlich ja ich habe das zwar schon aber warum nicht zweimal ist ein geiles design also hätte ich das nicht ich hätte mich echt sowas von gefreut weil ich kann es ja noch mal zeigen da ist alles drauf was ich mag da sind video spiele würfelspiele alles was spiele hat also und die maus also echt geiles design auf jeden fall karten auch noch ich pokere ja auch ganz gern mal auch wenn ich es lange nicht mehr getan habe schande auf mein haupt und als nächstes haben wir einen dr who als funko pop figur der neunte doktor ich kenne mich leider damit nicht aus weil ich dr who nicht wirklich verfolgt habe aber es steht noch auf meiner großen to do list von serien die ich unbedingt gucken will hier auch die anderen die verfügbar sind will ich jetzt mal nicht rausholen aber schon mal geile sache die popfiguren sind immer super da freue ich mich jedes mal drum wenn die eine reinpacken super item auf jeden fall oh etwas von game of thrones ach wieder ein figürchen eine mini figürchen so minecraft style mehr oder weniger na dann holen wir das ding mal raus das will ich auch immer in live und in farbe sehen mit game of thrones fängt man mich ja sowieso immer so da haben wir den knaben ach du weißt gar nichts schon so ja so richtig minecraft style quasi richtig cool gelungen hier müssen wir mal gucken steht hier auch irgendwas pixel also soll auch so eine pixel figur säugen so ein bisschen hier zelda damals und umschlag es geht munter weiter was von yugioh mit karten allerdings hier so so ein quartett offenbar wer ist der ultimative duellant wie öffne ich das am besten ohne dass es kaputt geht vielleicht hier oder ich weiß gar nicht wo man das jetzt am besten öffnet oder upsala ich glaube ich habe es geschafft gucken wir uns doch mal an wie das ganze hier ausschaut sogar eine öffnungshilfe für diejenigen die keine fingernägel besitzen hier so ach das sind ja noch die ganz alten sachen offenbar eher zeige ich euch mal hier auch ne so seto kaiba zum beispiel oder großvater muto da ist quasi quartettmäßig werte die man gegeneinander vergleicht mal sehen sind auch neuere sachen mit dabei die ich nicht kenne mal kurz gucken ne selbst isis hier das ist mir ja noch ein bekanntes gesicht ich habe ja nur die ersten staffeln geguckt also richtig schön oldschool als yugioh noch cool war quasi weiß nicht die neuesten serien wenn ich da mal szenen gesehen habe das war so gar nicht mein ding also die alten yugioh staffeln und vor allem der manga der nicht nur kartenspiel hat sondern auch zahlreiche andere spiele der ist gar nicht mal so schlecht nur hat mich genervt dass die yugioh karten so dreist waren dass jede neue edition stärkere standard karten hatte so dass man die alten karten eigentlich vergessen konnte so was haben wir denn als nächstes wir haben einmal hier so ein spider man mal wieder quasi klo lektüre mit zwei kompletten spidey stories kann man sich mal gönnen auf jeden fall coaster pack coaster was sind das coaster sind das untersetzer oder was sollen das sein jo offenbar sind das untersetzer hier in den colors in der buttons kann man gebrauchen habe ich auf jeden fall schicke untersetzer im retro style auch noch so richtig mit dem blassen farbe so quasi wie beim playstation 1 controller sieht das aus mal sehen steht auch playstation 1 aber für mich sieht es nach playstation 1 style aus richtig schöne sache war somit meine erste eigene konsole auch wenn ich sie mit meinem bruder zusammen besessen habe aber richtig geil ja und natürlich mal wieder was zu futtern ein nukleares gummi ist nicht zum verhüten da sondern zum futtern wobei manche kondome kommen ja auch in geschmacksrichtungen aber das ist ein anderes thema und passend zum playstation zeug auch das loot book im design na gut dann lesen wir das ganz mal vor wir freuen uns dich auch im neuen jahr weiter mit loot versorgen zu dürfen unser vorsatz ist es dich noch epischer zu überraschen außerdem haben wir dem loot book einige persönliche facts über uns hinzugefügt so erfährst du monat für monat ein stückchen mehr über die nerds hinter der loot chest auf ein nerdtastisches jahr 2018 mit wahnsinnigem loot finde ich sehr interessant mal mehr über die loot chest zu erfahren oha gewinne eine exklusive loot chest mit deinem unboxing poste deine loot chest auf instagram facebook oder twitter mit dem hashtag hashtag loot chest und erhalte jeden monat die chance auf eine exklusive loot chest yay unter allen postings unter loot chest verlosen wir eine extra box der gewinner wird immer am ende des monats bekannt gegeben das klingt doch schön feature channel nee nee special feature tv show stranger things und hier auch nochmal link zum gewinnspiel mehr oder weniger was heißt link die randbegebenheiten so mit unserem newsletter nichts mehr verpassen oh man kann jetzt loot chest newsletter was haben wir denn hier ja das semper ludens gamer t-shirt marktwert 15 euro aber der ähm geistige wert ist wertvoller pixel figur johns schnee ähm 13 eurönchen die untersätze sind mit 10 euro angegeben die yo-go-karten mit 5 euro also quasi boosterpreis ähm spider-man kostenlos und hier die funko figur das ist das schöne plüsschen item okidoki was haben wir denn hier special destiny 2 und teamvorstellung der nils bartels ja quasi el chefe ähm abteilung geschäftsführung einkauf alter 32 ha ich bin jünger und am 19 ersten das ist in zwei tagen hat der jörn geburtstag falls du es erst später gucken solltest jörn wünsche ich dir schon mal happy birthday ja und das war's denn hier vom loot book und dann kann ich ja nochmal die loot chest resümieren denn ich fand die echt von den items diesmal richtig geil beim letzten mal da war zwar die themenauswahl für mich cool aber die qualität der items so hm war diesmal mit einer funko figur mit einer pixel figur ups da habe ich noch ein stückchen folie mit meine pixel und game of thrones geht beides bei mir perfekt playsy untersetzer geil ich habe nämlich keine untersetzer da passt das ganz gut dass ich endlich mal welche besitze und dazu noch dieses geile t-shirt ach der inhalt der box gefiel mir ob ich jetzt das t-shirt schon habe oder nicht durch ihr dingensbums querti das ist mir egal an sich ist das item einfach mal richtig bombe und ja wie habt ihr diese loot chest empfunden gab es da loot mit dabei den ihr persönlich auch geil fandet was fandet ihr am geilsten was fandet ihr nicht so prickelnd ich vermute mal von vielen wird jetzt Yu-Gi-Oh! Karten kommen ähm schreibt das ruhig in die Kommentare auch gerne falls ihr selbst die loot chest ebenfalls hattet und wie ihr es empfunden habt ähm ich freue mich über jede Rückmeldung und hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei wenn es heißt die kartonage entfernen von der februar loot chest bis dann ciao ciao Outro Outro